Claudio neigte seinen Kopf etwas zur Seite, hob die Schulter und wedelte theatralisch mit den Armen. »Zweimal hintereinander, zusammengeschlossen. Signora, das muss Schicksal sein.« »Haben Sie heute noch etwas vor?« »Also eigentlich nicht. Warum?« »Kennen Sie Cabrera? Eine Insel ein paar Kilometer vor Mallorca gelegen. Traumhaft. Die blaue Grotte müssen Sie unbedingt gesehen haben. Ihr sandiger Grund schimmert geheimnisvoll blau.« Nadia überlegte. »Flirtet Claudio mit mir?« »Natürlich tat er das.« Aber sie mochte Flirts, vorausgesetzt, dass Niveau stimmte und die Terminlage ließ es zu. Letzteres ging an diesem Tag auch in Ordnung. Sie hatte ja beschlossen, ab sofort nur noch privat in Rom zu sein, nachdem sie sich in der Lobby des Grand Hotels Piazza della Repubblica mit Signora Rossi getroffen hatte, einer Dame der gehobenen italienischen Gesellschaft. Eine italienische Bekanntschaft. Kriminalerzählung von Bernd Mannhardt. Es liest Matthias Ernst Holzmann.